hallo und einen wunderschönen nachmittag hier zu meiner neuen tour auf dem pfennigberg wir sind hier in der region pflesching unterwegs da unten ist der pfleschingersee wir schauen uns heute gemeinsam den hornissen trail an und ich bin schon sehr gespannt es ist ein neuer trail da in der region ich würde sagen rauf aufs bike und los geht's ja Wow. So, gut wenn man schrägt und erkennt, muss ich das erste mal anschauen. Alter, viele, da sind Spuren drinnen. Oh, das ist gut, gerne. Aha, das kann man überwohlen, so heutzutage So viel Alternativeslens Heh Das ist das Aha Mal überwohlen Ah, das ist flat Und da war es auch da wieder Ja 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 Ja